Tag zwei im Prozess um den Südstadtschützen von Nürnberg. Heute auf der Tagesordnung die Anhörung von einigen Zeugen für die Beweisaufnahme. Als der Angeklagte um kurz nach neun den Gerichtssaal betreten hat, wirkte er ruhig ja sogar gelassen. Seine Füße nach wie vor in Fußfesseln, im Ohr die Stimme der Dolmetscherin. Zum heutigen Tage waren Polizeibeamte geladen, die zur Zeit der Tat im Einsatz waren. Sie brachten Lichtbilder mit, unter anderem war auf diesen zu sehen Blutspuren, fünf Patronenhülsen und sogar die mutmaßliche Täterwaffe. Die Angaben wurden dann später Bestandteil der Hauptverhandlungen. Rückblick. Am 24. Oktober letzten Jahres trifft sich der Angeklagte mit zwei Bekannten in einem Lokal in der Landgrabenstraße in Nürnberg. Was als Versöhnung geplant war, nimmt ein blutiges Ende. Als die beiden Männer erscheinen, habe der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft unverzüglich mit einer Kleinkaliberwaffe auf sie geschossen. Einer der beiden überlebte, der zweite starb an den Folgen der Schussverletzungen. Der mutmaßliche Täter floh ins Ausland. Im Januar diesen Jahres konnte er gefasst werden. Seitdem sitzt der 29-Jährige in Untersuchungshaft und muss sich vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Der Angeklagte selbst hat sich bisher nicht zum Tathergang geäußert. Laut Tina Hase nichts Ungewöhnliches. Der Angeklagte ist in Untersuchungshaft. Es hängt mit der Schwere der Tatvorwürfe zusammen. Und eben auch der Fluchtgefahr ist ja in Rimini aufgegriffen worden und dann übergestellt worden nach Deutschland. Er kann, muss keine Angaben zur Sache machen. Es könnte sein, dass er im Laufe des Prozesses doch noch über die Verteidigung eine Erklärung abgibt. Derzeit ist das nicht der Fall. Die Beweisaufnahme wird aber so oder so stattfinden, weil auch bei einem Geständnis hat ein Gericht zur Aufgabe, die Glaubhaftigkeit solcher Angaben zu überprüfen. Insgesamt sind heute acht Zeugen fester Bestandteil des zweiten Prozestags. Darunter Polizeibeamte sowie ein Zeuge, der das Knallgeräusch zum Tatseitpunkt wahrgenommen hat. Die Angaben sind wichtig der Zeugen, weil ja das Gericht später feststellen muss, war das Tatgeschehen so wie in der Anklage, also wie der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet. War es so, dass der Angeklagte auf seine beiden Bekannten zugegangen, unvermittelt geschossen und eben heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Dafür sind die Angaben aller Zeugen wichtig, weil sie die Faktengrundlage für die spätere rechtliche Bewertung bilden. Über 100 Zeugen sollen in den kommenden Wochen noch zur Sprache kommen. Dafür sind rund 20 Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Der nächste Termin ist für den 9. Januar geplant. Ein Urteil wird voraussichtlich erst Ende März erwartet.